Ich würde Thomas Pauske wählen, weil er schon in der Kommunalpolitik bewiesen hat, dass er sich engagiert für die Menschen in seiner Heimatregion einsetzt. Für ihn steht das Thema Gerechtigkeit ganz oben. Er will auch dafür sorgen, dass es zukünftig für Familien vorangeht, indem wir kostenfreie Bildung realisieren und dass die Rente sicher ist, dass Menschen, die hart gearbeitet haben, ihr Leben lang, dass die besser dastehen als diejenigen, die nie gearbeitet haben. Am 24. September ist Bundestagswahl. Ihre Stimme für Thomas Pauske.